Wir sind ein Familienbetrieb in Seewalchen am Attersee. Wir stellen Müllpressen her für Papier, Karton, Plastik, Pads sowie Dosen und haben unsere Pressen schon in über 100 Länder geliefert. Wir sind Bürokauffrauen im dritten Lehrjahr. Wir machen alle Abteilungen durch wie Buchhaltung, Einkauf und Verkauf und es ist sehr abwechslungsreich. Wir sind Profis im Telefonieren, weil wir haben die Telefonakademie machen dürfen und wir dürfen auch auf Messen mitfahren. Du bist ja schon lange dabei. Welche Erfahrungen durftest du sammeln? Ich bin jetzt im vierten Lehrjahr. Ich habe jetzt alle drei Bereiche einmal miterlebt und die abwechslungsreiche Arbeit finde ich auch sehr super. Was ich auch super finde, ist, dass wir keine Lehrwerkstatt haben. Was ist da deine Meinung dazu? Ja, ich bin auch deiner Meinung. Ich finde es super, dass man gleich im Betrieb mitarbeiten kann. Ich arbeite in Hydraulik. Ich bin zuständig für die Ansagpumpen, die Motor und die Hydraulikleitungen. Und das, was mir am meisten gefällt, ist, dass man abwechslungsreiche Arbeit hat und immer wieder andere Pressen kommen. Du machst jetzt einen leeren Spanner. Was macht ihr denn hier? Wir schreiben die Programme auf der CNC-Maschine. Wir machen die Teile, die im Endeffekt in unsere Maschinen eingebaut werden. Wir haben nur dazu die modernsten Maschinen, sage ich mal, mit denen das Arbeiten gleich viel leichter ist. Wie ist das bei dir eigentlich so? Ja, mit den hochmodernen Maschinen, mit den ganzen neuen Maschinen, macht das Arbeiten gleich viel mehr Spaß. Wir taugten es hier drinnen gut, falls es lauter gemütliche Leute gibt, weil es mehr rennt und weil wir mit dem Schöpfer durchgehen. Was sagt ihr da so? Wir taugen die Weiterbildungen, zum Beispiel einen Stapler-Schein, Schwarz-Zertifikat und dass der Master gefördert wird. Wer geht zu uns? Berhin Angriff Copyright Untertitel